Hier eins freilassen, weil da ist dann der Ausgang aus meiner Burg. Ich baue dann halt den Steinbruch hier hinten, das passt ja recht gut. Okay, zwei kleine und drei mittlere, das ist ja auch noch zu verkraften. Da kommen sie, also zu den Waffen. Oh, ihr solltet nicht da stehen. Stellt euch mal da hin. Oh, mein Kristall wird angegriffen, nicht gut. So, den einen dürften die drei platt kriegen. So, zurück zur Arbeit. So. 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 Und wir können, glaube ich, schon mal eine Treppe hier in Auftrag geben. Wobei, erstmal sollte ich anfangen, weiter Columns zu planen. Das sind zwei Abstand, das sind vier Abstand. Das sind vier Abstand. Ey, passt perfekt in die Ecke. So. Hier kommt jetzt die Treppe hin. Machen wir schon gleich mal drei hoch. So, hier müssen wir noch ein bisschen abreißen. Können wir gleich hier schon mal Säulen drauf platzieren. Und hier Steine platzieren. Wir müssen ja auch gucken, dass wir Steine loswerden. Um hier die Bodenarbeiten zu machen. Ah, das stimmt so noch nicht ganz. So, jetzt stimmt das Ganze. Ihr sollt hier nämlich nicht auffüllen. Ihr sollt hier abreißen. Hier braucht ihr erstmal nicht so sehr abreißen. So, das dürfte reichen. Hier crít ich nicht so tief, sounds zu nah. Hier ist viel changes. So. Dann nimmt das langsam Form an. Das sind drei, das sind vier. Vier. Ecke. Vier. Noch drei Minuten bis zur nächsten Welle. So. ein bisschen mehr Verteidigung habe und keine offene Lücke mehr in der Mauer. Fünf habe ich noch. Also stelle ich mal noch mal sechs her. Wer lässt da einfach das Schwert rumliegen? So, dankeschön. Und das kannst du auch bitte aufheben und vielleicht mal was mitbauen. Da kann ich ruhig ein Lager hinsetzen. Da kommen nämlich meine Laternen hin. Die ersten vier, die ich mal so baue. So, Laternen. So. Hm, wir haben kein Eisen mehr. Also, wir bauen keins mehr ab. Habe ich noch irgendwo ein Eisen vorkommen? Direkt? Da oben hätt' ich eins. Oder halt hier. Hm, nee. Ich delete' ich erst mal. So, nicht mehr lange. Dann kommen wieder welche. Also, sollte ich schon mal unsere Bogenschützen bereit machen. Ja, zwei kleine, fünf große. Okay. Okay. So, mal gucken, wo sie diesmal herkommen. Wieder von dort. Oh, die hauen meine Mauern ein. Nicht so schön. precursori. Oh, die hauen meine Mauern ein. So, mal gucken. So, das heißt zurück zur Arbeit für alle. Und ich kann schon mal gleich einen. Ein Reparaturbefehl geben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich mein Lager von Säber heilt. Oder ob ich erst, ob ich einfach warten muss. Und, naja, ob ich warten muss, ob es sich von Säber heilt oder ob das irgendwie, ob es gar nicht repariert werden kann. Ah, da hat einer sein Ding nicht richtig aufgeräumt. So, jetzt solltet ihr alle wieder arbeiten können. Wisst ihr was? Fürs Erste. Ah, wo baue ich das am besten hin? Weil da will ich noch weitere Waffenstände hinbauen. Na Gott, baue ich da mal drei zusätzliche Lager hin. Wo zusätzlicher Stein gelagert werden kann. Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Dehlinger oben drauf. Dehlinger's sanfte. Dehlinger's sanfte. Untertitelung des ZDF, 2020